B.I.D.s in a Rock in a Rock Junge, ich brauche Ich brauche doch wieder was für YouTube Er kommt da hinten Ich bring dir was schönes vorbei Er kommt da hinten Ich glaube, du würdest dich freuen darüber Hau 13, bitte Oh ja Ich würde halt gerne zurückschreiben So unglaublich gern Aber ich hab Chatbann Oh man Aber Mein Gott, es ist mein Geburtstag Hör mal, ich darf Spaß haben So man Bam, Digga, bam Enjoy Oh, fast getroffen Oh, getroffen Nochmal Das ist so lustig Na Matt, kommst du keinen Meter hoch? Doch, doch jetzt schon Schade Alles easy Ich seh den leider nicht mehr Da kommt einer, da kommt einer Ach, easy Ey, du kannst Bett holen, ne? Von Blau Nur mal so Junge, ich treffe alles gerade Das ist so geil, ne? Spam mal bitte hinten Ja, ja, mach ich Kann nur sein, dass unser Bett gleich weg ist, ne? Ja Hauptsache die sind down Junge Alter Das macht halt übelst Bock Ja, gerade schon, ne? Ich kann gerade nicht spammen Ich spamm jetzt unseren Weg, weil da einer kommt Kein Problem Hinten ist ja gespielt Hab ihn Das ist lustig Die Euphorie bringst du gerade echt gut rüber Ich weiß Ach man, ich muss halt leise sein Das macht halt vieles kaputt, aber naja Sonst würde ich jetzt hier schon wieder alles auseinandernehmen Voll lauter lachen Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Ey, das ist die Musik, die ich hinterlege, Alter Ich beleidige ihn jetzt Nein, 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 mach das nicht in der Aufnahme Nein, nein, indirekt halt Bam, Digga, da fliegt er Da fliegt er Da fliegt er bis nach West-Uganda Meeeench Warte, warte, warte Oh nein, er kommt durch Ach doch nicht Sorry, war ein Prank Meeeench Das ist leider so Guckt die deine auch? Ja Die Hä, ja Die So, du kannst jetzt mal kurz grüßen Die Grüße gehen raus an meine Mutter Hallo, ich bin ganz stolz drauf Ähm Nein Ähm Save der? Nein Wenn du willst meine Mutter Schaut über jedes meiner Clips-Videos drüber Und gibt mir Tipps, was ich noch besser machen könnte Übelst geil Ist so Weil es da ist drin Ja, hab's gesehen Hey, der ist ja hinten hoch Oh, wie cute Gleich nicht mehr Ich wollt grad sagen, gleich nicht mehr mein Freund Pass auf, ich mach jetzt den richtigen Johannes Ja, mach dich einfach mal aus Provokation auf Non-EQ, ne? Nein, 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 nein Nachher geh ich noch dauernd Das wär wirklich peinlich dann Aber ich stehe hier mitm 13 und web vor ihm Was ist seine Mission? Alter E-acher's looten, Leute Leute Oh, da hat er fliehen gelernt Weil er bei der E-cher's ist gleich Okay. pumping abgelootet man das versteht meine ganze zeit ist er hat mich einfach ich lass ihn seinen spaß ich mach gleich noch ein ich mach gleich noch ein alter ein kassiert er richtig das war halt das war halt um gespielt ist egal der ist einfach easy kill aber ich möchte aber er soll mir wenigstens per twitter oder sowas den link zum video schicken dass ich wenigstens disliken kann dafür soll er mir die chance lassen plus clip was was hat der jetzt hat er seine tage oder der freut sich gerade wie so ein kleines kind darüber dass gerade das weihnachtsgeschenk clip ten alter menschen mal bis aber easy fragt immer ob er in 1080p 60 fps überhaupt aufnehmen kann mit seiner klapperkiste ja und ich habe die side pace packen wir mal voll eq mit food und alles rein oh mein gott ich habe halt halbes herz alle wenn er das jetzt verkackt nach man schade den chatlock habe ich eh schon gemacht ja klar bei lauch letzte runde ach man das war ein ten hat bitte ich hab grad geschrieben war noch dabei und dann tänne ich ihn also danach flawless ich ihn halt der grün so belastend der ist bei uns der ist bei uns lol der ist bei uns ich hab ihn nicht gesehen ich dachte du wärst das nein ist egal er hat ec dabei ja krieg nicht ist egal der ist eh kommst du ja ich bin hinter dem aber ich will halt nicht weggenacht werden wir sollen mal runter kommen der süße kommt da jetzt aber ich halt auch und ich weiter das bei dir und das ist das belastende ja menschen mal der bauern hit der bauern hit alter extremst behindert von ihm keine ahnung woher der den vielen falsche ankassiert hat ja geht man das geht man jetzt dafür spaß die aber nur ausgewählte sachen gucci und so na wo ist denn der süße vor unserer base der halt echt süß von dir wenn du dich jetzt porten willst schön bitte hast du ein gold für mich nein leider nicht das habe ich da gelassen bei dem schnellen port hätten wir den zweierbogen in unserer chest nutzen können hä hier hier haben wir noch ein bogen und da noch den habe ich sorry ja schreibt mal sind halt gut der rennt in der mitte von dem roten mit seinem schaf weg er fliegt aber von dem schaf von dem roten alter was denn falsch mit ihm der wurde gemacht vom roten clip und ich bin wieder auf meiner side base mit 13er ich find's so geil alter und sehen wir noch auf ja klar daraus mache ich ein bester alter und natürlich schneide ich auch für ihn rein wo er mich gekillt hat ich meine das muss ja wie eine story wirken ihr könnt nichts außer bau spammen ich muss meinen elm trainieren ich soll bald wieder ein bisschen spammen im cw ok schreib mal ich nehm auch die ganze zeit auf er soll sich nicht so fühlen ey da läuft der da zu uns bitte hilf ihn bitte kann ich nicht kann ich nicht der ist zu weit entfernt doch hab ihn oh mein gott das hast du jetzt gar nicht gemacht alter oh mein gott warte 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 ich wär so gequittet junge alter sick dude und alles auf aufnahme und da fliegt er alles schön safe gebaut auch die spawnen oben oh geil nein oh mein gott das zählt die ganze spawn trappen da musst du aufwachen ja ich weiß der soll auch mal langsam hier wieder sich wieder aus der base bewegen ich mein gib mal ein paar kopfwebs gib mal ein paar kopfwebs ich hab übrigens zwei pfeile ich hatte grad schon den zweiten pfeil hab ich grad nicht gemerkt du bist eine sparsch ich kann mir ja eine stärke nebenbei holen alles easy manchmal 20 gold lecker ich glaube ich mach noch ep und so das wird so eine leckere runde happy birthday to myself ja ja das wäre so süß ich lasse es heute noch hoch da steckt da da stecke ich jetzt noch jede mühe rein das heute hochzuladen warte soll ich richtig einen auf cw tun und noch voll scharfe time ey pass auf du spawntraps die ne juckt soll ich doch machen kann ich doch machen achso du bist bei dem unten so eine schöne runde so arm schreib mal clips von kotti ja schreib mal clips von kotti kommen schedlock mein gott so Bis zum nächsten Mal.